Guten Morgen. Happy Canada Day. Heute ist Canada Day. Die Straße ist hier gerade entgegen unserer Befürchtung wie ausgestorben. Wahrscheinlich tummeln die sich alle schon da wo wir jetzt hingehen wollen. Wir haben es jetzt kurz vor zehn. Wir haben uns heute echt Zeit gelassen früh. Wir schauen jetzt mal was hier so los ist. Wir wollen Richtung Fort Calgary. Da ist irgendwie so ein bisschen was an Veranstaltungen. Wir schauen einfach mal. Heute Abend gibt es Feuerwerk um 11. Deswegen wird der Tag lang und wir haben uns heute früh ein bisschen Zeit gelassen. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen durch die Stadt. Jetzt gehen wir. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 And all of those awesome D-Bar chiefs. It's good to see you. Hello. If you can find a seat to kind of sit down. But yeah, make sure that they could see. If you look behind you and if you're in front of it, then obviously they can't see. So I believe we're ready to go. Grand entry. Ladies and gentlemen, those of you that can, if you could please rise as we gather one more time. Throughout the pandemic, we've been dreaming of this, hoping for this. And this is the time that we gather here in Mokinsas, Calgary. And it's an honor to be asked to be one of the emcees here for this event here. So we're going to call on our singers from the Siksika Nation. Soul Rider, if you will, please. Grand entry time. Here we go, ladies and gentlemen. Our flag bangers, our entry, the grand entry. Once again, we're listening to the beautiful sounds of the Soul Rider Singers. Carrying in the U.S. flag. Joe Brar, superintendent. We have, we have the Inuit flag. Chad Tothman, deputy chief. The Métis flag, we have Alan Chaburin, sergeant, Calgary City Police. The TRC flag, we have Blake Yellowhorn. The Calgary flag, we have Justin Thompson, constable. Treaty 7 flag, we have Avril Martin, inspector. The Alberta flag, we have Dana McElroy, constable. The Canadian flag, we have the Canadian flag, we have the chief of police, Calgary, Mark Newfowl. The British flag, we have Al Weasel Moccasin. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to our flag bearers. . . . . . Applaus 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Am Ende des Tages Am Ende des Tages melde ich mich nochmal. Also wir haben es jetzt irgendwann nach 23 Uhr. Es ist bestimmt schon fast 0 Uhr. 23 Uhr war das Feuerwerk angesetzt. Wir sind heute leider nicht auf den Berg gekommen, wo wir gestern waren. Ich muss sagen, das Feuerwerk war ein bisschen enttäuschend. Das war halt sehr niedrig, sehr klein. Aber ja, wir haben es uns angeguckt. Jetzt gehen wir zurück zum Hotel. Morgen ist Abfahrt Richtung Glacier. Deswegen jetzt ins Hotel. Duschen, schlafen. Bis morgen.